So, und willkommen zu Minecraft, all the mods to plus. Okay, also das, das will ich nochmal sehen. Quarft mir ein paar Stacks davon. Mach. Ja. Tatsache. Wahrscheinlich kommt er deswegen zu dem Punkt, wo er sagt, dass was fehlt. Weil es nicht mehr da ist. Weil das Wasser dann komplett weg ist. Genau, jetzt füllt es sich wieder auf, weil er sich hier jetzt sagt. Genau. Okay. Okay, das ist also das Problem. Vielleicht noch einmal stuckt. Okay. Die Eingaben haben keinerlei Upgrades, aber das brauchen sie auch nicht. Weil, wie ich hier sehe, produzieren diese Dinger gar nicht schneller. Ach, 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 Qua. Naja, natürlich, ich habe die Kamera zu lange leckt. Hm. Aber so unter der normalen Bedingung, unter der er jetzt herstellt, ist er schnell genug vom Wasser her, okay. Aquarius. Aqu... Aqu... Warte mal. Aqu... Wie schreibt man das denn? Expand... Aquarius. Aqu... Aqu... Ius. Ius. Aqu... 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 Akkwe. Akkwe-Ös. Ja, alles klar. Ein Ö habe ich da jetzt nicht erwartet. So. Kann ich mir jetzt endlich mal von denen mal ein Stack bestellen? Ja, danke. Akkwe-Geräte-Rahmen und... Okay. Geräte-Rahmen kann er nicht geworfen. Okay. Wow. Wie da einfach der Sand fehlt. Wie da einfach der Sand fehlt. Ein Zahnrad. Wie viel? Unten stehen gerade zwei. Zwei weitere. Eins, zwei, drei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Neun. Alle zehn will ich nicht wieder neun haben. Was war das andere? Zehn. Zehn. Eins, zwei. Drei, vier. Drei, vier. Okay. Okay. Muss ich mir Sorgen machen, dass das laggt? Können die Mechanismen schienen den Server so weh? Wenn die laufen oder was zur Hölle? Oh lol, da sind noch viel Kupferzehnräder drin. Gut, dann lassen wir das erstmal das Kupferzehn verarbeiten und nehmen erstmal die Kupferzehnräder von da. Dauten sie zwei, so brauche ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir fehlen ein Redstone-Servus. Ach, die haben kein Crafting-Rezept. Und da wir noch einen hatten, hast du mir das nicht mitgeteilt. Und da läuft. Da fehlen zwei Zahnräder. Zahnräder. Produziert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Zahnräder. Diese Maschine. Okay, habe ich schneller erwartet. Akku. Akku. Und wir brauchen Eingaben. Eingabe. Eigentlich wollen jetzt ja genauso viele. Hallo. Ich muss hier ran durch. Ich muss hier runter. Und Sachen machen, die Sachen machen. Oh, ich brauche natürlich noch einmal. Minusens zwei. Gut. So. Ich schaue grad auf, dass ich die Seite komplett aufbauen kann ohne Problem. Hat es eigentlich einen gewissen Sommer, weil es genau hier drunter ist? Egal, ich führe das einfach fort. Der Block, der überall hingestopft wird, wo Platz ist. Ah, das war, ich muss es natürlich fließen. Ach ja, das geht aber darum, was voll ist wahrscheinlich. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, was voll ist. Oder wenn ich denn sage, hier brauchen wir einen 64-Kast-Deck davon. Willst du mich gerade verarschen? So lange musst du, glaube ich, nicht für einen 64-Kast-Deck Salz kalkulaten. Okay, dann wird das Koppeln ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Das haben wir. Das ist dumm, dass der genau da steht. Das sieht doch so gut, dass ich die Datenkranke dabei habe. Hier kommt jetzt noch ein Datenkranke hin. Hallo? 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 Falls es mal was anderes gibt, was weggeflogen ist. Jetzt sollte es auf jeden Fall zu mir kommen. Hallo? Hallo? Fick dich, das irritiert total. Weißt du, ist verbunden? Dieser Wunsch verbunden. Ja. So, warte mal. Ich mach das jetzt mal alles so. Und schau. Okay, hier ist jetzt überall eine Quelle. Das ist ein Kreis von Quellen. Das heißt, der ist quasi optimal ausgenutzt, weil er einen Kreis von Wasserquellen um sich herum hat. Ich glaube, besser geht es bei solchen Dinger. Bei diesen Blöcken nicht. Ah, da kann man auch das wieder reintun. Da müssen wir sie geschiften. So, jetzt bauen wir noch ein. Die Eingabe draufkommt. Und hier eine Verbindung. Und hier eine Verbindung. Dann bauen wir den ganzen Stein ab. Ah. Okay, alles hat sich normalisiert. Ähm, hab ich die noch nicht rausgeholt anscheinend. Eingabe. Ähm, ja. Alles ist im System, ja. Eins. Zwei. 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 Das ist glücklicherweise kein Problem. Ja, welche Richtung wollen wir sie verwenden? Sagen wir so. Wow. Woll ich nicht. Der ist am eingeschneitigen Flüssigkeiten. Der hier muss auch noch Flüssigkeit. Der hier muss auch Flüssigkeit. Ja, auch. Tipp, Flüssigkeit. Tipp, Flüssigkeit. Tipp, Flüssigkeit. Den da lassen wir mal. Den verbinden wir nicht mit den anderen. Einfach weil, vielleicht überbrücke ich auf die Art und Weise wieder irgendwas, was ich gar nicht überbrücken möchte. Also bleibt er so da, wie er steht. Nein. Das wollte ich definitiv nicht. Über die Einmacht, danke. Äh. Okay. Das da reiße ich erst ab, wenn ich sicher gehen kann, dass da nichts passiert. Okay. So. Jut. Den gibt's sicher, weil der nach oben schön verbunden ist. Das will ich jetzt nicht machen, weil das ist dann so eine doppel- und dreifach Verbindung. Ach so. Dann ist der nach da verbunden. Alle sind happy. Weißt du, wir haben jetzt einen, ähm, ja, einen 5 Milliarden mal stärkeren Wasser-Input, beziehungsweise wir machen den ja gleich noch stärker. Aber auf der Seite haben wir natürlich auch noch Platz. Für Maschinen. Für Maschinen. So. Oh, Tom. Oh, my God, man. Ähm, die hatte ich jetzt alle richtig eingestellt, oder? Ja. Warum möchte der die eigentlich immer direkt draufpflanzen, um schon reinzugucken? Jawohl, gut, ich kann schon nachvollziehen, warum er das möchte. Ah. Ähm. Daten. Ich glaube, da werden... Ja, genau, da kommt zwölf raus. Aus einem Prozess. Gut. Was ist der dann eigentlich? Es sieht so aus, als würde es in den Zähnen führen, aber es führt nach da oben. Gut, dann würde ich sagen, habe Werte nicht vergessen. Und weiter geht's beim nächsten Mal. Ciao.